Der Premium Split Contract kombiniert eine Lizenz und einen Vertrag. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Premium Split Contract erwerben. Gehen Sie zu https.dvu.com. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Sign In und melden Sie sich an. Standardmäßig wird das GoldSplit Dashboard geöffnet. Klicken Sie auf den Dashboard Umschalter in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie Premium Split. Es öffnet sich das Dashboard für Premium Split. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, sehen Sie eine Liste der zum Kauf verfügbaren Pakete. Wählen Sie das für Sie passende Paket aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase – Kaufen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsmethode auszuwählen. Die Zahlung ist nur mit Ultima möglich. Nachdem Sie den Ultima-Token ausgewählt haben, stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf Purchase – Kaufen. Das sich öffnende Fenster zeigt den Betrag in Ultima und die Adresse der Wallet an, auf die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den erforderlichen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbenachrichtigung. Fertig. Sie haben den Premium-Split-Contract erfolgreich erworben. Gehen Sie nun auf die Seite My Contracts. Dort sehen Sie den bezahlten Vertrag. Hier können Sie durch Klicken auf die Bestellnummer eine Rechnung mit Zahlungsinformationen herunterladen. Bitte beachten Sie auch, dass sich die Werte Total Limit und Used Limit im Widget Premium-Split-License-Usage im Dashboard nach dem Kauf ändern. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Arbeit. 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 Vielen Dank.